Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Hostel oder Super Hostile, das Super Adventure ohne Ende, ohne Anfang. Tja und jetzt auch mit Wind. Hey, ein riesengroßer grüner Wackelpudding. Ja okay, der Shadow Mod hat sich geupdatet. Ja, da gibt es jetzt eine vierte Version von und die Schatten sind so ein bisschen besser geworden, auch wenn sie immer noch auf die Lava fallen, was theoretisch unrealistisch ist. Und ja, die Sonne, ja, die wirft jetzt besser Schatten in anderen Farben, in anderen Stimmungen. Und ja, Gräser und Bäume wabern jetzt auch ein bisschen. Jetzt auch mit Wabären. Ich bin nicht ganz so glücklich damit. Es sieht, ja, ich weiß nicht, also im Wald sieht es toll aus. Hier sieht es gerade ein bisschen merkwürdig aus. Ich hüpfe da mal gerade hoch. Vielleicht sollten wir doch mal etwas Holz abbauen. Und diese Krax haben immer noch, also das Zerbrechen hat immer noch diese leichten Bugs. Da muss man mit klarkommen. Was haben wir denn alles dabei, um uns da ein bisschen hoch zu stapeln? Stapeln wir uns mal ein bisschen hoch hier. Hopp, hopp. Mitten im Geäst. Bis die Nacht reinbricht und dann kommen die Monster. Und ich hab doch nicht auf Peaceful, oder? Ne, ich stehe immer noch auf Einfach. In Ordnung. Denn ich habe ja zwischenzeitlich auch wieder an anderen Maps gespielt und andere Sachen rum experimentiert. Und da kann es natürlich sein, dass ich auch so die Sachen umgestellt habe. So, man hat mir jetzt auch erzählt, wie das Ganze jetzt hier mit den Äpfeln abläuft. Am besten geht das so mit Scheren. Haben wir nicht. Brauchen wir wahrscheinlich dann erstmal. Aber wenn ich Eisen finde, habe ich erstmal was anderes damit vor. Ich finde mir genügend Eisen. Wir könnten auch direkt in das Dungeon gehen, wo es Eisen gibt. Das hat mir sogar schon jemand gespoilert. Aber Gott sei Dank weiß ich nicht, wo ich dieses Dungeon ist. Erstmal holzen wir hier alles ab. Es gibt auch diese Bewegungsunschärfe. Wenn wir uns bewegen, ruckelt jetzt nicht mehr alles so. Ich mag das. Es kann sein, dass viele von euch das unangenehm empfinden. Also als unangenehm empfinden. Ich persönlich finde das als angenehm. Weil sie so ruckeln, wenn man so hin und her geguckt hat bis jetzt. War es immer so, dass man das Gefühl hat, es laggt. Aber er hat es gar nicht gelegt. So, die kläht ihr jetzt? Oder ist das sonst noch ein Holzstück? Why are you not falling down? Ich glaube, da ist sonst jetzt nichts mehr. Dann hauen wir jetzt mal nach unten ab. Mit der wertvollen Erde. Davon werden wir ja doch ganz viele haben. Die Sonne geht jetzt unter. Seht ihr das? Die Lichtstrahlen verändern sich auch von der Wärme. Sag mal, die kläht ihr da oben auch irgendwann? Oder muss ich erst... Ist da noch irgendwo einer drin? Oder... Lass mich mal von weiter weg gucken. Hopp, hopp. Seht ihr? Äste verschwinden nicht sehr. Keine verschwinden. Mysteriös. Oh. Da ist ja noch ein bisschen Holz. Dann schnapp ich mir das noch einmal. Und wir gehen jetzt hier mal... Oh, da ist noch Holz. Ich sehe es. Oh, guten Morgen. Dann schlagen wir das Stückchen Holz raus. Ich weiß nicht, ob es euch auffällt, aber ich benutze jetzt gerade die Silent Maus. Die Nexus Silent Maus, die macht tatsächlich kein Klickgeräusch. Die handhabt sich auch so ganz gut. Soll sich angeblich ab und zu mal abmelden. Aber das kennt man ja von Mäusen, die... Ähm... Jetzt hier via Funk, in Anführungsstrichen, USB-Bluetooth oder so. Keine Ahnung. Ist das... Mit dem Technik kenne ich mich noch nicht aus. Mein Hals. So, jetzt... Äh, weg damit. Ich hätte das jetzt gerne weg. Die Kleie. Verschwinde. Hau ab. Du bist blöd. Habe ich da gerade ein Monster irgendwo gesehen? Da kam mir das nur so vor. Da ist das Schweinchen. Es wäre schlau von uns, diesen Weg dorthin einzuschlagen zum Schweinchen. Weiter gibt es bestimmt Pigman-Zombies. Wie mir auch schon jemand in den Kommentaren vorgespoilert hat. Ich fände das toll, wenn ihr aufhören würdet, damit zu spoilern. Ich will das doch alles selber entdecken. Ich will doch selber failen. Oh, guckt an. Äh, das funktioniert. Da ist ein Apfel. Cool. Ich habe einen Apfel gekriegt. Krasse Sache da. Das hätte ich nicht erwartet. Ist schon toll. So, dann ist das der nächste Punkt. Das haben wir, unser Fortress haben wir jetzt ja hier. Ähm, ich würde jetzt schon gerne erstens mal dann später hier Treppen hinbauen. Und zweitens würde ich dann, ja, ich würde schon sagen, wir bleiben hier. Oh, das ist das falsche Werkzeug. Und, ähm, ja, dann bauen wir uns hier eine Baumfarm drumherum an. Und bauen alles andere drumherum ab. Und mir fällt gerade auf mein Mikrofon, ich stehe so weit weg. So. Und jetzt noch ein bisschen den Popkiller nach da oben. Und ein bisschen ranrutsch. Es ist, ich habe super wenig Platz auf meinem Schreibtisch. Das ist super ätzend. So, Entschuldigung. Ich bin wieder da. Alles ist in Ordnung. So, jetzt, äh, ja, wie machen wir das dann hier unten? Ich trappe die Steine hier auch noch ab. Weil das mit den Steinen, das können wir halt echt gut gebrauchen. Was sind das, die Löcher da unten? Ja, ist normal. Ähm, die Cobblestones werden wir in den Dungeons wirklich brauchen. Das hat mir Markus auch nochmal gesagt. Oh, gerade eben ist ein Sapling auf meinen Kopf gefallen. Das hat bestimmt wehgetan. So, den Obsidian können wir ja nicht abbauen. Aber das ist auch nicht so schlimm. Dann nehmen wir den als natürliche Grenze. Habe ich eine Schaufel dabei? Ich habe nur too many Items an. Das bringt mir jetzt aber nichts weg damit. Da, ich habe eine Schaufel dabei. Ich habe nämlich gerade in der Let's Play-Welt, ähm, also vom Überlebenssimulator 1.0, gerade was, ähm, im Singleplayer-Pro... Hab doch gerade da einen komischen Schatten gesehen. Mysteriöse Mysterien. Ein Fall für Galileo Mystery. Oh, und zu den Skeletten rein wollte ich ja auch nochmal. Vielleicht gibt es ja ja ganz tolle, schöne Schatztrohen drin. Ich weiß es nicht. Ich gucke später mal nach. Na, na, na. Also, ich war jedenfalls gerade in der Let's Play-Welt, an der ja, äh, immer noch fleißig gebaut wird. Hier fällt glatt. Geht ja nicht. Das kann ich mir nicht anbieten. So, ist doch schöner so. Geht auch so. Ja, Hania, schreck dich vor. Irgendwelchen Klackgeräuschen. Ja, also, was ich jetzt bei drei Stunden sagen wollte, jetzt die, die, ähm, an der Dings-Welt arbeite ich ja auch immer noch nebenbei fleißig. An der, ähm, Let's Play-Welt, die ja für euch bald zum Download bereitgestellt wird. Jetzt habe ich da an dem Feinschliff angefangen. Jetzt kommen da noch ein paar Schilder hinzu. Dann muss ich nur noch Zombie überreden, dass er da auch mal weiter baut. Der Faulpilz. Äh, und dann können wir da auch das zum Downloaden bereit geben für Superhostel Veterans. Ja, ja, ich wollte das nur abbauen hier, weil mir das nicht gefallen hat, wie man da runterkommt. Das ist doch nicht schön, so. Das kann nicht so bleiben. Ah, der dreckige Grevel da. Oder seine dreckigen Griffel davonlassen. Ah, Grevel, Griffel, versteht ihr? So, das bringt uns auch nicht so viel mehr. Und dann muss man hier hoch. Und dann könnte man hier einen Stein hinmachen. Und da, so, dann kommt man hier mal noch unten lang. Okay, dann kann ich da später so was anderes als Aufstieg bauen. Dann baue ich den Grevel hier mal weg. Braucht ja hier keiner. Das ist alles so, durch diesen Obsidian ist das alles so asymmetrisch. Ich habe was gegen Asymmetrie. Die mag ich nicht. Ich möchte wenigstens, wenn ich schon ein paar tausend Folgen damit verbringen werde, diese Dungeons zu schaffen, ja? Ein kleines bisschen Heimlichkeit hier haben. Mein eigenes Fortress. Und dann baue ich mir ein Team auf. Und, äh, Moment, falsches Spiel. Und wie gesagt, wir brauchen eh Cobblestone. Dann können wir auch hier ganz oben entspannt an der Oberfläche, da wo es noch hell ist, Seichen abbauen. Und nicht irgendwo Dunkelheit, wo dann tausend Monster spawnen, weil da irgendwo ein Monster spawner in der Wand ist. Chrissy hat mir das schon gesagt, die Monster spawner sind zu oft zu sechst in Wänden drin. Und da kommt man dann so auch nicht ran. Äh, das ist auch so gedacht. Und ich soll mich da bitte nicht grämen und das Gefühl haben, ich müsste dann unbedingt es schaffen zu überleben. Ähm, ich solle mich auch nicht dafür schämen, dass ich dann ab und zu, ja, äh, wie wir schon festgestellt haben, ihre Items, die sie mir bereitstellt, äh, zu nutzen. Weil diese Map ist echt... Aua, jetzt habe ich mit meiner Hand da drauf gehauen. Aua, jetzt habe ich auch keine Spitzhacken mehr. Aaaaaah. Also die Map ist echt hart und anstrengend und schwierig. Und so kann man die auch sicherlich schaffen. Aber das ist dann so, als würde man einen Super Mario Hack Let's Playen ohne Safe States. Ich glaube nicht, dass das irgendjemand... Hat das... Hat mal jemand einen Super Mario Hack ohne Safe States Let's Played? Das würde mich interessieren. Und ist er weitergekommen als Einsprung. Würde mich auch interessieren. Ähm, das wäre schon mal... Das wäre schon mal was. Da wäre ich dann schon sehr, äh, ja, impressed. Nein, ich wollte nicht den Apfel nehmen. Ich wollte das dann nehmen. So, in der Feinmotorik ist die Maus manchmal noch so ein bisschen anstrengend. Muss ich dann wahrscheinlich noch mit... So wollte ich das gar nicht machen. Muss ich wahrscheinlich noch ein bisschen mit üben. Oder die Feinheiten ein bisschen anders einstellen, aber... Ich habe hier noch einen Stock hier. Sollte ich vielleicht mal wieder Stöcke machen. La 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 la. So, da hört man sie ein bisschen, wenn man mehrfach klickt. Aber ansonsten... Das ist eigentlich ganz super geregelt mit dem Ding. Also ich höre sie jedenfalls kaum. Und ich mag dieses Geklicke von der Masse. Klick. Klick. Ich kann klicken. Ich bin eine Maus. Klick. Äh, ich weiß nicht. Ich brauche keine Bestätigung dafür, dass ich auf meine Maus gedrückt habe. Wenn ich so blöd bin, dass ich nicht mal mehr weiß, ob ich auf meine Maus gedrückt habe, dann weiß ich ja auch nicht, ob das irgendwie... Also, vor allen Dingen, warum machen Mäuse Klick und ich... Klick. Oder wie machen Mäuse eigentlich dieses... Die machen auch diese merkwürdigen Geräusche, wo man immer denkt... Kommt das aus der Hölle? Kommt das aus der Neter? Nein, es ist bloß eine Maus in der Wand. Wir haben Mäuse in der Wand. Ich habe nichts gegen Mäuse. Also, es gibt ja Leute, die haben richtig Angst vor Mäusen. Ist auch okay. Wer Angst vor Mäusen hat, hat halt Angst vor Mäusen. Ich begradige das hier nur alles, ne? Ich werde mal im Symmetrie-Wahn. Ähm, aber ich, äh, ich, äh, ich liebe halt Tiere und... Oh, guck mal da einer an. Der hat jemand aber keinen Obsidian benutzt. Ja, ja, ja. Ich habe es genau gesehen, ne? Schön geschummelt hier. Günther. Dann machen wir das... Ah, das war direkt Feuer und ich stehe da noch so schön. Dann mache ich das... Ah, 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 ah. Was soll das? Das Feuer hat es hinter mir her. Das möchte mich töten. So, dann kann ich ja jetzt mal hier anfangen, den Wald anzu... Are you not the clay? Are you not the clay? Ah! Ah! Nein, das regt mich nicht auf. Das macht mich gar nicht aggressiv. Oh nein, schon wieder diese ekelhafte Stressmusik. Was soll denn so? Mein Gott, warum am diese Stressmusik? Da kriege ich jedes Mal Panik. La 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 la. Wo pack ich die Bäume denn hin? Wo pack ich die Bäume hin? Wo pack ich die Bäume hin? Wo pack ich die Bäume hin? Ja, schon so hier so. Da irgendwo in die Ecke und hier einen. Und da drüben auch noch einen. Ja, das möchte ich wohl mal. Hab ich genügend Seblings? Ja, das ist toll. Die pack ich jetzt hier hin. Und da noch einen und dann dort. Und jetzt hab ich einen Orwum. Von dem Lied, von dem Lied, von dem Lied hab ich einen Orwum. Ja, das klingt nicht gut.